Party, Party, Party. Davon hast du gerade ein bisschen genug. Du weißt nicht so recht, was du jetzt machen sollst. Auf keinen Fall willst du, sondern du willst etwas machen, was Zukunft hat. Äh? So was eher nicht. Hast du schon mal was von der Ausbildung zum MedientechnologIn bei Vogeldruck gehört? Wie? Medien? Nee, eher diese Art von Medien. MedientechnologInnen bringen, Kaber aufs Papier. Wir stellen jährlich 160 Millionen Zeitschriften, Kataloge und Broschüren her. Damit könnten wir alle Einwohner Deutschlands, Österreichs und der Schweiz mit einem Exemplar versorgen. Und was machst du da jetzt genau als MedientechnologIn? Erstmal entscheidest du, welchen Schwerpunkt du willst. Druck oder Druckverarbeitung. Beim Druck erlernst du die Mess-, Regel- und Steuertechnik. Nee, nicht so. Sondern an unseren großen, millionenschweren Rollen-Offset-Druckmaschinen. Ja, genau. Du hast richtig gehört. Bei der Druckverarbeitung machst du Buchbinderei. Das war damals schon ein toller Job. Ja, wir sind quasi die, nur modern. Du verarbeitest Papierbögen zu perfekt gestalteten Hochglanzmagazinen und Katalogen. Du gibst ihnen die exakte Falzung und schneidest passgenaue Kanten. Zu schwierig? Pappelapapp. Wir zeigen dir alles. Unsere Ausbildung dauert drei Jahre und ist dual. Das heißt, du bist in der Schule und im Betrieb. Bei dem Schwerpunkt Druck wirst du an den Rollenrotationsmaschinen eingesetzt, sowie im Bogenrotationsdruck. Bogenschießen? Eher nicht. Du bereitest den Bogenrotationsdruck vor. Du erhältst zusätzlich bei anderen Druckunternehmen der Region Einblicke in den LED-UV-Druck. Naja, nicht ganz. Eher so. Aha. Wenn du dich eher für den Schwerpunkt Druckverarbeitung entscheidest, erlernst du die handwerkliche Buchbindetechnik. Du arbeitest an den Falzapparaten und Schneidemaschinen. Du siehst, wir sind super breit gefächert. Come and join the team. Teamfähigkeit schreiben wir groß. Wusstest du, dass unser Unternehmen Vogeldruck und Medienservice zum international tätigen Bertelsmann-Konzern gehört? Wow. Einem der weltweit größten Medien- und Dienstleistungsunternehmen mit rund 400 MitarbeiterInnen. Wir sind die Marktführer bei Zeitschriften und Katalogen. Wenn du Teil von uns werden willst, dann solltest du folgendes mitbringen. Äh, ja, auch wichtig. Noch wichtiger ist, dass du Farben gut erkennst, Genauigkeit und Durchhaltevermögen besitzt, Verantwortungsbewusstsein und technisches Geschick mitbringst. Okay. Aber vor allem Teamfähigkeit. Und wenn du auch noch gut in Mathe bist, dann bist du genau richtig bei uns. Wenn deine Ausbildung läuft und du erfolgreich bestanden hast, dann übernehmen wir dich super gerne. Wir bieten dir viele Aufstiegsfortbildungen. Wie sieht denn so ein Arbeitsalltag bei uns aus? Genau. Wenn du ausgeschlafen hast. Ähm, naja, kommt doch an, ob du Früh- oder Spätschicht hast. Das Gute ist, du hast beides. Wenn du dann an der Arbeit bist, äh, nicht ganz. Sondern du überwachst die Druckmaschinen und Farbkontrollgeräte. Du wartest und pflegst die Maschinen. Du erkennst Probleme und behebst sie. Wichtig für unser Unternehmen ist außerdem Nachhaltigkeit. So arbeiten wir mit mineralölfreien Farben. Wir machen klimaneutralen Druck. Ab 2022 setzen wir zu 100% Ökostrom ein. Yeah! Na, wenn dich das noch nicht restlos überzeugt hat. Und das war nur ein kleiner Einblick in diese vielfältige Ausbildung. Langeweile wird auf jeden Fall nicht aufkommen. So, dann bewirb dich noch heute für die Ausbildung als Medientechnologin bei Vogeldruck. Wir zählen auf dich. Bis bald! Mit euch wird's noch bunter. Color your future.